Ein neuer Punkt vielleicht, der da bitte reinkommt, wenn wir jetzt schon so in diesem Kommunikationssystem bleiben wollen. Jetzt haben viele Firmen neu dazugegenommen, so Chat-Systeme im weitesten Sinn, was das meiste, sage ich mal, Slack-Derivate sind, wo du einfach ein Chat vereinst mit, was weiß ich, Channels zum Beispiel auf der einen Seite, also irgendwie Themengruppen, wo klar ist, wenn du über dieses Thema kommunizieren möchtest, dann kommt das dort hinein. Und dort findest du es auch wieder. Und was ich prinzipiell ja nicht so schlecht finde, also ich finde, Slack ist eigentlich ein ganz brauchbares Tool und das bringt sozusagen ein bisschen Ordnung hinein, weil es gibt halt irgendwie Gruppen, wo die richtige Zielgruppe irgendwie darauf Zugriff hat und auch darauf hört. Und es gibt noch immer diese Eins-zu-eins-Kommunikation. Du kannst quasi Verlautbarungen an alle ganz gut managen damit. Und du hast immer diese Möglichkeit, in Antworten hineinzugehen, die dann irgendwie nicht so diese Hauptlinie an Information zumüllt. Das finde ich ja nicht so schlecht. Aber das Thema ist halt, viele haben sich gedacht, super, das gibt es jetzt, das wollen wir auch machen, toll. Und bleiben einfach beinhart bei ihren E-Mail und legen dann daneben diesen Chat. Und wenn du schaust, heutzutage die Hälfte der, wie sagt man, der Angestellten oder so, haben einfach jetzt ihr E-Mail-Programm offen, haben nebenbei irgendwo diesen Chat-Client offen und haben als drittes vielleicht noch, weiß man nicht, ja, also irgendwie dann alles mehr. Also einfach, es ist einfach was hinzugekommen, anstatt irgendwie zu sagen, ja, und wir drehen jetzt E-Mail ab übrigens, weil das braucht man nicht. Also das finde ich halt brutal. Und jetzt kommt noch was dazu. Jetzt weißt du gar nicht mehr, wo die Information eigentlich steckt. Früher, wie wir schon gesagt haben, du bist einfach in dein E-Mail-Programm reingegangen, hast die Suche angeworfen und hast eine relativ gute Chance gehabt, das zu finden. Sagen wir mal. Heutzutage schaust du mal in ein E-Mail-Programm rein und denkst dir, ah, weiß nicht, da finde ich es nicht komisch. Dann machst du dein Chat-Programm, deiner Wahl auf, probierst dort ein bisschen zu suchen. Ich weiß nicht, da war es auch nicht. Und dann findest du es, ich weiß nicht, irgendwo komplett anders. Also anstatt irgendwie zu sagen, hey, super, wir haben neue Innovationen und die regeln wir, indem wir unsere Prozesse irgendwie jetzt besser in den Griff bekommen, sagst du einfach, ah, super, für den Bauchladen ein neues Werk. Zeug, super, das haben wir, das und das und da drüben haben wir jetzt noch ein neues. Und das ist überhaupt kein Problem. Du kriegst jetzt einfach 100 E-Mails am Tag und nochmal 50 Chat-Nachrichten dazu.